Ja, schau doch mal an, den Treller, den hab ich schon mal gesehen. Das war das, wo wir zur Sanddüne wollten. Ging am Anfang da oft her und dann war das ja nur noch diese Sandstraße, diese bliebende Wüste. Abartig. Aber keine Landschaft, der in den schneebedeckten Berg war schon toll. Da waren wir dann bei dem Typen mit dem LKW, der uns dann eigentlich rüberbringen sollte und wiederholen sollte, aber am Holen hat es gescheitert. Und selbst da würde ich sagen, fährt man mit einem Boxer wahrscheinlich nicht mehr durch, weil da saugt der Waffe. Außer man fährt mit dem Schnarchel, was unser Freund Rudi hat. Genau, und Rudi Rüssel sein Schnarchel wäre da das Ideale, da hat man bloß nicht parentiert. Also so ein Ural, wenn einer entgegenkommt, der braucht Platz. Und da sieht man jetzt im Hintergrund dann gleich nochmal die Sanddünen, die größte Sandfläche Russlands. Ja, dieses ewige Eis, was wir immer wieder gehabt haben. Dieser Wechsel war so krass. Und dann der Junge, bei dem wir den Sprit aufgetankt haben, der auch gar kein Geld dafür wollte. Kann man sich gar nicht vorstellen. Uns wurde geraten, uns hier nochmal mit Sprit zu versorgen. Und der junge Mann, der gibt uns jetzt seinen ganzen Sprit, den er noch hat. Das ist der Wahn, wenn man sieht, wie die da leben. Ja, und augenscheinlich, es war brennbar, es hat funktioniert. Es hat einen Brennwert gehabt. Das ist schon... Das ist schon anders. Ganz, ganz anders. Geile Berge. Oh, da hat eine Motor-Torrad, ja. Ja, also für den waren wir, glaube ich, auch ein Blöd, ne? Hat sich schon gedacht, dass wir Idioten sind, wenn wir sowas machen. Übel, übel. Und ich weiß nicht, was wir da danken, ne? Hoffentlich brennt es wenigstens. Nochmal, ihr habt einen guten Gast, Germania. Oh ja, die Brücken. Eine Konstruktion nach der nächsten, die eingefallen ist, kaputt ist, nicht befahrbar. Und es wird auch nicht abgerissen, sondern es bleibt einfach stehen und wird der Natur überlassen. Die Flasche ist eigentlich schon drinnen, da haben wir die abgestellt. Boah, das kann ich nicht sagen. Aber wir haben keinen Müll hinterlassen. Wir haben jetzt meistens verbrannt. Oder Dreifeltbücher runtergeschmissen. Einen, einen. Karlsteiner. Das Ende vom Karlsteiner. Der Auslauf. Und es war echt schwierig, da rauszukommen. Wir haben jetzt die Trasse neben uns. Die Bahntrassen. Und Jörg? Easy go! Absolut easy. Mit jeder Zwölf und der ist machbar. Absolut. Die Natur ist beeindruckend, aber irgendwie hat man gar keine Zeit für die Natur, ne? Die Impressionen, die die Natur dahinter lässt. Geil. Abartig. Diese Grünflächen. Dieser ständige Wechsel. Vorher Sand, dann schroffe Felsen, Schnee und dann dieses Grün. Und da kannst du dir vorstellen, wie viele Bären da unten drin leben, ne? Da unten ist die Bahnlinie. Wir sind unmittelbar oberhalb. Auf so Art besseren Trampelpferden. Teilweise total durchweicht. Ganz wenig Stollen. Die Welt übel. Und aus den Schuhen, da läuft das Wasser raus. Ist schon geil. Aber du siehst ja schon, wie professionell wir da über die Brücke fahren jetzt. Ja, das ist eine Übung macht den Meister. Ganz viele Wasserdurchfahrten. Und immer mal durchlatschen. Feuchte Socken riskieren. Einfach um das sichere Gefühl zu haben, da kommt man durch. Weil wenn man da steht, so weit weg von der Zivilisation, dann glaube ich, muss man die KDM auch der Natur überlassen. Ich wüsste gar nicht, wie man es macht. Nur mal einen Schritt runter und anzünden oder so. Und dann halt der Versicherung mit. Ja, aber... Keine Ahnung, wie bringt man das Ding da weg? Ja, wie machst du denn mit dem gar nicht? Wie bringt man die Kiste da weg? Ein Scheiß-Moskito. Er hat einen Blinker. Da könnt ihr sehen, der alte Mann hat keines auf. Der noch ältere Mann hat keines auf. Und der wird so abstinkt. Der zerstört einen Schutz drauf. Voll im Blinker. Wenn ihr es mal sehen wollt. Alles zugsvoll. Laut Info, nach dem nächsten Zug, der jetzt da gleich kommen soll, können wir diese 500 Meter lange Brücke überqueren. Vor allem mit dem Schwimmen, das wird nichts. Ja, da haben wir ewig gewartet, bis der uns durchgewunken wird. Als wir dann gesehen haben, wie viele Züge kommen, dann wussten wir ja, warum. Das ist in die eine Richtung, zwei sind dann in unsere Richtung und dann sind wir erst ausgeschert. Also es war schon lebensverlängernd, die Option. Und die hört man immer. Und wir sehen sie jetzt. Wir müssen jetzt warten, bis die durch ist. Und dann sind da hinten nochmal zwei Züge, die müssen auch noch durch. Und dann können wir über die Brücke. Schaut es euch an. Vielleicht sitze ich auch irgendwann mal da drin. Da hätte ich mir auch drin vorstellen können, ein paar Stunden zu verbringen. Und dann meinst du, ich hätte jemand gesehen, wo du gewunken hast? Ich glaube es nicht. Die waren alle draußen. Ah, guck mal, der Schad ist da unten. Und dann habe ich halt mal zurückgewunken. Das wird der Sport in Sevilla. Ja, die waren halt up to date. Facebook, das sind die Fans, die mitreisen. Diese Viechern, die haben mich so fasziniert, das sind der Ursprung der Technik, oder? Das war hammerhart. Da haben wir ja eine Zeit lang überlegt, ob wir drüber fahren. Und dann haben wir ja umgedreht. So, und dann kam der Kollege mit seinem neuen Bus aus Novosibirsk. Der uns dann zu dieser Blechgarage mit Tankstelle gefahren hat. Genau. Also hingetraut hätte man nicht bei den großen Hund, was der da im Garten gehabt hat. Ja, das ist aber auch pures Gold, was der da lagert. Ja, klar. Da ging nochmal ein Tröpfchen daneben, da hat er sich voll aufgeschaut. Das klappt mal gar nicht. Ja, die Schmuggeln, das mit der Bahn hin, haben sie uns erklärt. Ja, mhm. Bis dann zuletzt die eigene Wohnung oder was geräumt haben für uns. Ja, die Unterwäsche von der Frau lag noch drin. Ja, ja. War schon komisch, ich hab dann meine Kapuzenjacke angezogen und hab mit Kapuzenjacke geschlafen, weil den Schlafsack sollte man ja am Motorrad lassen, weil den brauchen wir ja nicht. Also da drauf sollte man sich nie verlassen, wenn du zuhause hast. Immer Schlafsack mitnehmen und sagen, hm, nicht schonender Bettzeug, fertig, das stimmt. Aber das Fahrzeug, das er da hat, ist echt genial an diesem Quad. Ja, und zu essen gab es auch nichts, es gab nämlich kein Restaurant. Also durften wir in die Eisenbahner-Kantine. Und da haben dann dafür gesorgt, dass wir auch mit versorgt werden. Unglaublich. Wie ist es? Einen guten. Nicht lecker? Witzig. Klasse. Einfach nur klasse. Man muss nur brauche, ne? Aber es ist mal gut. Echt. Mit Schmand und immer scharf und immer gut gewürzt und pikant und passend. Ja, in der Wohnung, du hast dich ziemlich schnell hingelegt. Ich hab dann die ganze Zeit amerikanisches Fernsehen auf Russisch angeschaut. So, in diesem Topladen sind wir gerade beim Wasserkaufen. Da sieht man, dass das ein Laden ist. Ja, ein frühes Einkaufen, als man dann die Wodkaflaschechen kriegt dann. Genau. Warum hat er das eigentlich gemacht? Mitleid. Pure Mitleid. Guck dich doch mal an. Was wichtig war, ganz weit vorzuschauen. Bis ans Ende der Brücke. Und du bist irgendwann nochmal langsamer geworden. Ich bin immer näher auf dich zugekommen. Und dann hab ich selber langsamer machen müssen. Dann bin ich noch instabil geworden. Und wie viel von diesen Brücken? Die kann man gar nicht zählen. Man schaut auf die Hände. Die Messer. Die Messer waren ja Geld wert bisher. Ja. Da kann man auch Holz mit hacken. Der Elmer hat es gezeigt. Okay. Ja. Okay. Und dann bin ich da weggefahren. Ja. Die Kinder. Was ist neu schief gelaufen? Was? Oder Medizin hat sie vergessen. Schuh gewaschen, ne? Ja. Da waren ja bloß die Schuhe nass. Da war die Hose nass. Da bin ich gegen den Stall. Und dann hat mich sie umgeschmissen. Jetzt so ein Arbeitslager, das da draußen ist, ne? Ja. Das ist mal richtig am Arsch, ne? Ja, die sind ja monatelang da draußen zum Arbeiten. Ja. In so einem Container. Da am Arsch der Welt. Komplett schlecht versorgt. Ja, schlecht versorgt, glaube ich. Nicht eh einmal alles. Ja. 1 zu sein, Silber. Sie wahrscheinlich jetzt haben sie einen Weiber. Ich bin über die Brücke. Ja. Nehmen Sie mit. Ja, nirgends. Ja, das ist ein paar Joghurt oder Milch oder so. Das ist ein Kaper. Ein Seitenkaper. Ein Kaper, oder? Und jetzt muss ich sehen, dass wir so platt sind, wie der Blatt in dem Film. Aber die Bam! Die haben wir fast weg. Schaut mal nachher. Der ist leer. So platt fühlen wir uns heute. Das war abartig. Ich habe gemerkt, ich habe keine Luft mehr hinten drin und es hat nichts mehr gemacht. Aber ich bin einfach mal weitergefahren. Und das hat funktioniert. Solange ich da Gas gegeben habe, solange hat sich das Hinterrader gedreht. Hat, glaube ich, seine Lebensleistung verloren. Jetzt schauen wir mal, wir haben zum Glück noch einen Ersatz dabei. Hoffen wir, dass wir damit weiterkommen. Was sagst du? Was sag ich? Wechseln müssen wir uns. Ja, und als ich gesagt habe, komm, wir schmeißen den Reifen in den Wald. Hat der Jörg noch mal geholt. Wollte noch einen Naturschützer machen. Greenpeace-Mitglied, ne? Seit 28 Jahren. Bei dem Wald waren so viele Reifen da. Und das war einer nichts mehr aufgefallen. Ja. Das war fast so mehr Müll, der Bonina. Das war so wie ein kleiner Parkplatz. So eine Bucht. Und da war alles unten gelegen. Und das ist alles, was ich brauche. Ja, man muss. Wir haben den Reifen auch nicht runtergeschmissen. Wir haben ihn oben liegen gelassen, dass man der nächste noch weiterverwerten kann. Ja, Tinder. Haben wir einen Kollegen kennengelernt. Vom Motorrad-Club. Ja, für all die, die es nicht wissen, die M56 ist, die war doch bei uns. Der postet auch immer auf Facebook, ne, die Videos, wenn sie so Spaßfahrten machen. Die fahren aber nicht wie wir ohne Waffen, sondern die haben ein Gewehr hinten drauf hängen. Sieht ein bisschen anders da aus. Ich denke, die gehen nach zum Jagen dann. Ja, das Zimmer haben wir dann mit mehreren chinesischen und mongolischen Freunden geteilt. War cool. Ich hab auch schon ein bisschen bedenken gehabt, ob früher unser Zeug noch da ist. Ja, jetzt kommt der Wendepunkt, ne. Irgendwann da oben haben wir dann festgestellt, dass das nichts wird. Mit dem Magadan, dass viel zu viel Wasser überall ist und dass das wahrscheinlich nach hinten losgeht. Und nachdem wir da tausendmal gewarnt worden sind, haben wir uns unser Reiseziel nochmal gut überlegt. Ja, der Kollege Tinder hat uns schon gesagt, dass man gar nicht fahren kann. Dass das Wasser viel zu hoch ist, dass die LKWs nicht einmal fahren und dass wir schon zweimal nicht durchkommen. Wir haben es natürlich nicht geglaubt, sind weitergefahren. Und dann haben wir aber unterwegs ein paar nette Leute kennengelernt. Die haben uns eines anderen belehrt. Die sind nämlich aus der Richtung gekommen, wo wir hinfahren wollten. Und haben uns tatsächlich die Problematik auch schon geschildert, dass wir da keine Chancen haben, durchzufahren. Ja, unser Reiseziel haben wir dann geändert und sind dann erstmal Richtung China aufgebrochen an die chinesische Grenze. Und haben gesagt, wir fahren dann an der Grenze entlang bis nach Hause. War eine Idee. Und aus der Idee ist dann Wirklichkeit geworden. Genau. Am Anfang war es schockierend und war ein wenig ernüchternd, jetzt da nicht raufzufahren. Und jeden Tag, als ich auf die Karte geschaut habe, und habe gesehen, wie viele tausende Kilometer nach vor uns liegen, habe ich mir gedacht, ob das das wird. Sau cool. Er war sehr anstrengend. Es war brutal anstrengend, ja. Es war die richtige Entscheidung. Wir haben gerade den Akio kennengelernt, der über die Grenze gekommen ist. der ist uns quasi in die Arme gefahren. Der war dann noch ein Jahr später hier in Hüchtelhaus und hat mich besucht. Was ich noch geiler finde. Er hat gesagt, er kommt mal vorbei. Das haben schon viele gesagt. Aber es war halt noch 12.000 Kilometer von hier entfernt. Der erläutert mit seinem Motorrad. Das Motorrad, das er gehabt hat. Mit 250. Dass der sich auf so eine Etappe einlässt und so eine riesige Tour vorhat. Da war auch viel Metermachen dann dabei. Ganz viele lange Strecken einfach her. Und trotzdem nicht wie bei uns alle, keine Ahnung, 50, 100 Kilometer eine Tankstelle, sondern Intervalle von 300, 400 Kilometern. Und auch die Versorgung mit Lebensmitteln sieht genauso schlecht aus. Und ich denke, was noch viel schlechter ist, die medizinische Versorgung auf dem Weg. Also das ist echt dünn. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute fahren wir mit Aki. Guten Morgen. Wir begleiten ihn ein bisschen auf seinem Weg. Er ist von Japan aufgebrochen. Ich habe auch einen Sticker von ihm. Einen Sticker. Aufkleber ich noch einen Windschutz von Mark. Da sind wir hinterher geeiert. Zwischenleihe hat die Andrea dann auch immer mal Ärcher gemacht. Gezickt. Der Gasdrehgriff war uns eigentlich als Fehler gemeldet worden. Aber jetzt so zwei Jahre später wissen wir ja, dass es ein Kabelbruch war oder ein Kabel aufgeschöpft war. Konnte man damals noch nicht wissen. Den Fehler habe ich jetzt dann über die zwei Jahre auch erhalten gelassen. Ich habe immer wieder gesucht und Reparierungen gemacht. Und diese entisolierten Flächen, die waren so klein, dass man es einfach nicht gesehen hat. Also ohne KTM-Hilfe würde man jetzt noch mit rumfahren. Ohne das Motorrad wird schön vom Straßenklappen nicht. Dann geht die einfach komplett aus. Weißt du was gut ist? Der Wind warm ist und nicht kalt. Ja. Ich habe mal die Heizung an, weil ich habe den Griff dafür, weil ich die Saasen angenommen habe. Ja, das ist eine Zeug, aber ich habe halt deswegen die Heizung an. Ich komme zur guitar. In dem Bagger, den wir da beholt haben, wie breit die Sachen waren. Die Straßen sind in jedem überdimensioniert, im Gegensatz zu unseren. Und dieser Flickenteppich, auf dem man da fährt. Alter, bist du freck. Was war das jetzt für Aktion? Ich habe Luft geholt da unten am Kompressor, da wird die Brücke gerade erneuert. Wir hatten gerade einen Platten, also ich und den Mjörg haben wir ein wenig Luft nachgebummt. Und die Jungs an der Baustelle, durch die wir gleich durchfahren, die haben uns top geholfen. Klasse Verein hier. Zita, war eigentlich eine recht riesige Stadt, gell? Gigantisch. Aber was halt total schlimm ist, dass die Autoreibenhändler, die Autohändler und alle nie da sind, wo sie sein soll. Ja, die schöne Pausen an dieser mongolischen Grenze, das war ein schönes Rasthaus, muss man echt sagen. Und draußen hat es gestunken, wie die Sau, weil nebendrin die Müllkippe gebrannt hat. Brennt, glaube ich, immer, die liegen halt einfach nach. Nebel. Da hinten sieht es schon fast wieder mongolisch aus. Irgendwie wie Sanddüten, die bewachsen sind. Voll cool über unsere Übernachtung. Kamera bewacht. Garantiert mit Blechdach. Guck mal oben die Entlüftung an, wie die die neigestellt haben. Jetzt versuchen wir, bis Ulan Ute durchzukommen, irgendwie. Mal gespannt. Manche Autos hat man dann schon gekannt, weil die dann in meinen ähnlichen Locations anhalten. Zum Tanken oder so. Genau. Das fällt dann schon auf. Dass man auf der Haar lange ist, habe ich ganz prägt. Da hast du immer die gleichen mit überholt, oder die haben dich überholt. Meistens PSC, weil wir dann mal Pause gemacht haben. Ich muss auch zugeben, mit dem Auto kannst du einfach länger fahren. Gleich in Baustellen. Untergründer Tal rutsche ich. Du musst immer aufpassen, dass du nicht hinfällst. Weißt du, wo der ohne vom LKW gleich ist und geschlafen hat? Ja. An der Ampel. Einfach ewig lang geradeaus. Und das ist faszinierend in dem Land. In Sibirien selber, die Weide, die endlose Weide. Da siehst du nochmal, wie klar du eigentlich bist. Als Mitteleuropäer kannst du dir das nicht vorstellen. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, Baikal sehe, wo wir rumfahren sind, der ist ein Drittel so lang wie Deutschland. Einfach nur das Sehen, dann weißt du, wie die Menschen da unten sind. Da sieht man den Sumpf rechts und links. Wenn du da rausfährst, ist einfach flupp, ist die Kiste weg. Und die kannst du nur ausgraben. Weil der Sprit auf den Auspuff gelaufen ist. Also richtig scheiße, wenn wir richtig Glück gehabt. So kann Landwirtschaft aussehen. Und du? Alexander. Alexander, unser Schweißhelfer. Ihm ist überfeiert. Ohne die Hilfe der Locals würde wieder gar nichts funktionieren. Ich bin der Aninha dynamics für die vezesten. Ich bin der Aninha wat siehst.